Was geht ab YouTube? Wir machen heute, ich schaue mir TikToks an und für jeden Lacher, den ich habe, werde ich mir einen Kalkwachsstreifen so einen kleinen auf meinen Fuß machen. Wenn ich am Ende zehnmal lache, müssen zehn davon an meinen Fuß und das wird am Ende abgerissen. Viel Spaß mit dem Video, danke fürs Einschalten. Lasst ein Like und ein Abo da, meine lieben Freunde da draußen. Ich im Zimmer des Rektors, nachdem ich bei der WD2-Doku weinte, als die Hauptperson starb. Er meint nicht die Hauptperson, oder? Es geht schon wieder, Chat, es hat noch nicht mal angefangen und es geht schon wieder in eine gottlose Richtung hier. Jedes Mal, jedes Mal geht es am Anfang, direkt von Anfang an geht es in eine gottlose Richtung. Ich habe den heute noch gesehen man, ey das war mein erster Lacher jetzt schon, direkt von Anfang an. Ich kann nicht mehr. Oh ja, oh mein Gott. Ja, 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 ja. Blipp, 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 blipp Hey, David's gonna fail, ain't he? Oh, they're moving Oh, they're moving They're moving Yo Wie schnell Ey, man, Alter Ich hab doch so lange dude Ey, weil ihr mir irgendwelche Frauen schickt Wird mir sowas angezeigt Ich will sowas nicht sehen, Mann Oh Moment, er guckt einfach zu Oh Yo Er hat ihn gefickt Er hat ihn gefickt mit dem Kick Yo Ich weiß was kommt People in the comments are saying I traveled Guys, I didn't travel I can't travel, I'm banned from our airlines Ich komme noch in die Hölle Ich komme noch in die Hölle So ein ehrenloser, Digger Boah Digger Boah Was ist für ein Schiss, Mann Yo Boah 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 Warum wartet? Also, Digga, ich hab so viele Fragen. Ehrenlos, dass er auf Mutter geht. Wirklich. Die, also, die eine Line war zu viel, sag ich euch, Chat. Die eine Line, die ging zu ernst. Die eine Line, die war zu viel. Das ist Jemmo, der bei uns war. Geil. Digga, ich hab's gar nicht gesehen. Ey, es ist so respektlos. Das zählt nicht als Lacher. Das zählt nicht als Lacher. Ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt. Das zählt nicht als Lacher. Ach, ja. Okay, dann sind wir bei vier. Dann sind wir bei vier. Dann sind wir bei vier. Woher kommt die fünf, Bro? Woher kommt die... Na. Ey, nicht schon wieder, Mann. Also, Mann. ... ... ... ... ... ... ... Warum wird mir das ge... Bro, hä? Warum wird mir... Warum wird mir so... Hä? Ja, er hat wirklich ein persönliches Problem mit dem Beat, ne? Scheiß mal auf ihn, ne? Also, bei ihm ist ja nicht verwerflich, dass er macht, aber der Bro ist 30. Peace für den Weltfrieden, ich kann das nicht mehr. Mein Name wusstest du? Ey, die lassen aber nicht los! Die lassen aber nicht los! Wohin mit ihm? Yo! Alter! Lass ich mal ganz kurz reden, Digga, das ist ja anstrengend hier mit euch. Koray, und dass du auf sie reinfällst, also, dann war, dann war... Warum auf mich reinfallen? Du bist die ersten zwei... Nein! Du bist die ersten zwei Runden hinterhergelaufen! Koray, du bist unter Blöcher, Mann! Uuuuh! Wuuuh! Huuh! Huuuh! Dschugee, der war so knapp! Boah, hätte ich nicht lachen du... Also, hätte ich lachen dürfen, nicht... Ich hab mich kaputt gelacht! Boah, Alter, warum passt der Song so gut da drauf? Yo, voll nice, ja, aber auch nein, also, egal, wir lassen's, gut gesungen. Double-wide, Butterball, those sorts of things, right? Der war so close, der war so close, der war so, der war wirklich original Schwanzlänge von mir. Cody? Ja? Und hier? Hallo! Digga, ist das meiner? Nein. Digga, Cody. Kannst du das rausnehmen? Digga, halt. Digga, was geht bei diesen Jungs? Was? Alter! Hallo, ich als kleiner Bastard-Student konnte mir heute eine Jumium-Packung leisten. Ich hab leider keinen Wasserkocher zu Hause, deswegen musste ich das trocken essen. Mein Budget für heute war 59 Cent. Es war grad noch so an der Grenze, aber ich hab's grad noch so geschafft, weil ich auch keine Eltern hab. Ich bin einfach ein Bastard. Und dann konnte ich mir noch eine halbe Kastanie leisten, die ich vom Garten geklaut hab. Bin grad noch so weggerannt, der wollte mich abstechen. Aber es hat noch geklappt. Und dann konnte ich mir noch ein Glas Wasser leisten, das ist von der Toilettenabspülung. Und ja, das war mein Tag. Digga, wie er anfängt, Mann! Findest du armutlustig? Bro, halt die! Oh Mann! Warum werden mir rechts nur Frauen angezeigt? Fleisch gefällt dir! Wie Fleisch gefällt mir? Yo! Das ist wegen euch, Chat! Das war nicht so! Hey, was soll das? Ich komm... Wie, was soll das? Bist du behindert? Bist du behindert? Du Dreck! Ich hab's dir gesagt. Ja, was hast du gesagt? Bist du doof? Ich hab gesagt, mach keinen Fitner! Was? Mach keinen Fitner? Wer bist du? Oh damn! Oh damn! Digga, wie er am Anfang gesagt, du Dreck! Wie, was soll das? Bist du behindert? Du Dreck! Nein! Ich hab doch gar nicht gelacht! Ey, nein! Führerschein und Fahrzeugpapiere, bitte! So, Freunde! Ich glaub, es kracht! Der will hier einfach meinen Führerschein sehen, Freunde! Ich bin im Bruch! Ich glaub, es kracht, Freunde! Nee! Das ist so dumm, Alter! Today, I'm gonna pee on the dudes right behind me! Ganz gefährlich, so was! Ganz gefährlich! Kann nach hinten losgehen! Diese Schriftbruder, wo bleibt mein Paket? Wieso bist du dann zu dem Polizisten rausgegangen und hast geschrien, Hilfe, Hilfe, Hilfe! Meine Mom will mich ficken! Warte, jetzt hab ich's verstanden! Das F-Wort ist ein Tabu-Wort und ich soll es nicht in der Nähe von anderen Leuten erwähnen! Tut mir leid! Ey, es ist so dumm! Mama, könnten wir dann wenigstens hier anhalten und etwas zu Abend essen? Ich esse nämlich gerne ausgiebig, nachdem ich geäffekt wurde! Ey, Mann! Alter! Ey, so ein Zaufparks-Cheap! Du hast einen besseren Job, verdient mehr Geld! Hi, Toads! Du hast einen Drecksjob, Dicke! Sehr ernst, Dicke! Wir haben nicht gefunden, mein Paket! Das ist so gut! Die haben nicht gefunden, mein Paket! Servin! Was ist dein glücklicher Tag? Du hast nur noch neue AirPods-Pros! Wow! Du bist verrückt! Wirklich? Ja! Wow! Sowas müsste man eigentlich wirklich machen! So, Leuten im Laden einfach was schenken! Alle, die darüber lachen, hier kommt alle in die Hölle! Okay, Jungs, kommt her! Ich habe achtmal gelacht! Die großen, ne? Nein, nein! Bist du dumm? Was denn? Bist du hässlich? Ja, ein Pussy! Deine Mutter ist ne Pussy! Wir machen alle vier anstatt acht! Was? Vier? Ja, vier anstatt acht! Ja, frag Chat! Warte, warte, warte! Du musst die reiben, ne? Ja, lass mich doch machen! Ja, warte doch mal, Dicke! Ich vertraue dir nicht! Ich ziehe noch nicht ab! Ich schwöre, ich ziehe noch nicht ab! Okay! Ich habe nur Angst, sonst ist die Scheiße danach klebt! Von den Schmerzen, die Schmerzen-Tank ist Chat! Ich soll langsam machen? Nein, Dicke! Wenn du langsam machst, ich schwöre, du bist ein Hund! Nein auf drei, eins! Oh! OHHHHH Von oben und auch unten! Das ist natürlich auch witzig. Bro! Ihr zieht jedes Haar, Dicke! Oh! Sieht Kerem? Ja, du Bastard, du Bastard, aahhh, das Musstab übernachten lassen. Oh, ja übernachten, auch witzig. Oh, Alter. Julius Musstab? Ja. Ach, die schreiben alle acht. Das war noch mehr. Ist deine, also sag ehrlich, ist deine Mutter ne Hure oder nicht? Boah, ist der hässlich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.